Hallo meine Lieben, heute wollen wir euch ein paar Mercerie Sommerklassiker vorstellen. Alle gestrickt aus Itogarnen, die wir sehr lieben im Sommer, einfach diese wunderschönen Seiten und Baumwollen und das Ganze so miteinander kombiniert oder das schöne Papiergarn. Also da haben wir immer auch wirklich viel davon da. Und da fange ich gleich mal mit einem unserer beliebtesten Sommermodelle seit Jahren, würde ich sagen, mal an, nämlich unsere Klara, war ja früher ein Modell aus Shibui und wir haben es also auch nachgemacht aus einer Mischung von Itokino, 100% Seide mit Itogima, 100% Baumwolle. Und ihr seht, das ist so ein super luftiger Pullover, den haben wir jetzt auch mal mit einer Vierernadel gestrickt und ich habe nur einen hautfarbenen BH darunter. Ihr seht, man kann den also wirklich einfach so tragen, es ist ein wunderbar luftiger Pulli, ihr könnt einen Langarm machen, ihr könnt einen Dreiviertelarm machen, wie ihr wollt. Also ein schöner Sommerbegleiter und man kann, das ist eben das Schöne an diesem Mix, man kann diese Farben so toll kombinieren. Wir haben hier also Pale Blue Kino mit Gima Aqua kombiniert, aber es gibt noch so viele schöne Kombinationen. Ich gehe hier einfach mal so quer durch. Zum Beispiel die Rose mit der Dahlia, wäre sehr schön. Oder mit dem Plum dazu. Dann bleiben wir mal bei den zarten, könnte man natürlich das helle Rosa, das Cherry Blossom mit dem Smoke Pink zusammen machen. Dann haben wir schon genug für die Rosa Fans gemacht. Naja, das können wir nachher nochmal bei dem Honey Pulli machen. Dann sind natürlich sehr schön die ganzen Neutraltöne. Super edel finde ich auch dieses Cream. Entweder mit dem Smoke Pink oder mit dem gleichnamigen Cream dazu. Das ist also auch so ein ganz schöner, neutraler Pulli, der zu vielem passt. Dann natürlich hier die ganzen Grautöne. Im Dunkel sieht er übrigens auch sehr schön aus mit dem Lochmuster. Dann haben wir ja jetzt das kräftige Blau, das Ink, zusammen mit dem New Blue. So ein richtig schöner Kracher. Dann ein schöner Knaller ist auch dieses Capri Blue zusammen mit Blue Bird. Oder, das finde ich fast schöner, mit dem Blue Bird dazu. Oder man könnte natürlich auch ein bisschen dunkler gehen mit dem Pazifik. Da gäbe es natürlich auch die ganz passende Farbe Pazifik dazu. Also ihr seht hier, kann man sich immer spielen in dieser Abteilung. Dann, ja was könnte ich euch noch zeigen? Dann die, ja schön ist auch dieses Mint, mit dem passenden Mint dazu. Also wenn ihr immer denselben Farbnamen nicht macht, ihr schon mal auf keinen Fall was falsch. Dann hier auch nochmal so ein schöner Naturton. Das wäre dieses Olive zusammen mit dem Oatmeal. Da könnte man die Farben so ein bisschen mischen. Es gibt aber auch hier dieses Olive. Wird dann diesen helleren Ton so ein bisschen aufgreifen. Wäre sicher auch eine schöne Farbe. Dann die ganzen Orange Fans, haben wir alles da. Ich glaube hier fehlt die Cayenne Red. Könnte man natürlich so kombinieren. Oder auch so ein helles Gelb dazu. Das sieht auch klasse aus. Also man kann immer so diese kleinen Tweetnöpfchen auch noch mit rausnehmen. Die wären ganz schön. Also ihr seht, das wäre eigentlich ein allein Video mit diesen Kombinationen für unsere Klara. Es ist ein super einfaches Muster. Es ist klassisch von unten nach oben in geraden Teilen gestrickt. Es ist also wirklich anfängertauglich. Das Lochmuster ist erstaunlich einfach. Traut euch ran. Wir haben ihn von Größe S, die ich jetzt anhabe, gerechnet bis Größe XL. Und ihr braucht in S und M drei Kronen Kino und sechs Knäuel Gima. Und für Größe L und XL vier und jeweils sieben und acht Knäuel von der Gima. Die Anleitung gibt es natürlich immer kostenlos dazu. Wobei ich glaube, dass es die sogar einzeln gibt. Nein. Nicht. Nee. Okay. Mit der Anleitung kostenlos. Dann ein weiteres. Ach, ich mache erst mal hier weiter. Was natürlich auch ein sehr beliebtes Modell ist. Immer wenn es heiß ist, kommen bestimmt am Tag fünf mit diesem Topf rein. Das ist unser Bienetop. Das ist dieses schöne Papiergarn von Ito. Wir haben einmal Kits gemacht in vier Farben. Könnt ihr euch also so mit einem Klick bestellen in diesen Rosé-Tönen. Das ist das Shell. Dann haben wir es in den Blautönen. Das Original ist das Beach. Und dann haben wir noch, haben wir noch das Windy Day? Nee, das haben wir nicht. Aber wir haben eben die ganzen Farben jetzt auch einzeln. Denn ihr könnt euch das selber zusammenstellen. Wir haben also vier, vier, eins, eins von der Menge her. Weil das ist doppelt gestrickt. Das ist also auch ganz einfach von unten nach oben gestrickt. Und ihr könnt euch die Farben also selber zusammenstellen. Und wir legen dann die Anleitung dazu. Also zum Beispiel auch so diese ruhigeren, die wir jetzt heuer mal nicht gemacht haben. Mal sowas. Oder dann doch vielleicht so mit einem Knaller dazwischen. Ups. Also da könnt ihr euch auch austoben. Ist also wirklich ein ganz luftiges Sommermodell. Dann geht es weiter. Also wir haben ja unsere ganzen Shibui-Modelle. Zum Beispiel unsere Blanche oder unseren Esperanza. Das ist jetzt alles so diese Mischung, die ich euch gerade eben vorgestellt habe. Aus Kino mit Gima zusammen. Ist also auf die Modelle umgelegt. Funktioniert wunderbar. Für die Esperanza braucht ihr nur noch ein Knäuel Moher dazu. Und für die Blanche braucht ihr einen Moher und eine Sohle dazu. Da gibt es auch immer ganz schön die passenden Farben. Dann natürlich noch einer unserer beliebten Modelle. Unser Honey. Ist also auch wirklich ganz einfach zu stricken. Viele sagen immer, oh Gott, das kann ich bestimmt nicht. Es wird immer nur mit einer Farbe gestrickt. Das ist ein Hebemaschenmuster. Es ist so simpel und macht wirklich Spaß. Traut euch ran. Auch ein ganz luftiges Sommerteil. 100% Seite dann. Die Kino ist doppelt genommen. Das wären jetzt also hier diese Rohtöne mit dem Gelb drin. Es ist also immer so, es sind fünf Farben. Ich muss nochmal spicken. Es sind fünf Farben und die sechste Farbe ist also immer die für die Waben. Ihr bestellt euch fünf einzelne Konen und der sechste für die Wabe. Da braucht ihr also zwei. Ihr wickelt euch dann immer die Hälfte von einer Kone ab und nehmt das Ganze doppelt. Also ganz easy zu machen. Und ja, das Original haben wir ja in der Anleitung beschrieben. Und da könnt ihr euch auch, ich habe ihn ja aus Blautönen, aber super schön finde ich zum Beispiel auch dieses Blueberry mit dem Ink, dem Iron Blue und dem Pale Blue. Und dem Iron Blue, dann könnte man noch Weiß dazu nehmen. Und für die Konen, für die Konen, für die Waben dann entweder das Angora, dass wir hier mal wieder nicht stehen haben. Dann das Angora oder schön ist zu den Blautönen auch immer so dieses Snow Gray, dieses helle Grau. Und da könnt ihr euch also auch super schöne Farbkombis zusammenstellen. Soll ich noch mehr machen? Ich könnte mal einmal so diese ganzen Rosé-Töne, ist nämlich auch sehr schön, machen ja viele von euch. Da könnt ihr euch also hier auch so in Reihe diese Rosés machen. Vielleicht eben auch noch mit dem Weiß dazu oder mit dem Lila noch dazu. Dann auch mal so Ton in Ton und dann würde ich in, ja auch in Angora oder in dem hellen Grau die Waben dazu machen. Aber da habt ihr sowieso immer die allerbesten Ideen. Soll ich noch eine warme Kombi machen? Ja, könnte ich immer kommen, die kühlen Farbtypen mehr auf ihre Kosten hier. Da wären nämlich die Farben sehr schön. Dann könnte man auch das helle Grün dazu nehmen. Also ihr könnt das Ganze auch richtig bunt machen. Sieht auch immer schön aus. Also auch ein ganz schöner, leichter Sommerpulli. Ich trage meinen, also auch ganz viel zu Rücken. Er ist natürlich schön so mit den Hosen oder mit Shorts, ist aber auch super schön mit einem Rock. Und das Ganze hat die Gudrun für euch auch gerechnet. Moment doch, von, 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 Hilfe, von, ah ja, das sind Doppelgrößen, SM und LXL. Und das ist dann also wirklich locker geschnitten. Der hat 120 Umfang in SM und 138 Umfang in L und XL. Habe ich hoffentlich auch nichts vergessen von unseren ganzen schönen Itos. Nein, die haben wir alle drin. Sommer, Sommer. Dann, was jetzt nicht aus Itoganen ist, aber auch ein sehr beliebtes Sommermodell, wäre unsere Candy. Ein Top-Down-Modell, auch super schnell gestrickt, aus der schönen Estelle von Zwa Elen. Und da haben wir nämlich auch noch viele Farben da. Das ist ja so eine wunderschöne Mischung aus Babyalpaka mit Leinen und Seide. Daher auch dieser schöne Glanz. Und ihr braucht für Größe S und M zwei und für die größeren Größen drei Stränge. Genau, mal Nahaufnahme über diese Traumfarben. Da sind wir also, glaube ich, noch ganz gut sortiert. Also, wie gesagt, gerechnet ist er von S bis XL. Und ihr braucht in Größe S zwei und in allen anderen Größen drei. Dann könnt ihr zum Beispiel auch, das ist jetzt kein Modell von uns, aber auch ein ganz beliebtes, halt so rumkürzt, beliebtes Top. Das ist das Camisole No. 7 von My Favorite Things Knitwear. Und das könnt ihr auch super aus der Estelle machen. Da braucht ihr für die, für XS, S und M und L braucht ihr zwei Stränge. Und für XL und XXL bräuchtet ihr drei. Also, das wären noch so ganz schöne, schnelle, luftige Sommermodelle. Okay, die ihr stricken könnt, bevor es dann irgendwann mit unseren ersten Herbstmodellen losgeht. Aber jetzt ist erstmal richtig Sommer. Also, strickt euch mal im Urlaub am Strand oder wo ihr gerade seid, einfach noch ein schönes Sommermodell. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.